So ihr Lieben, herzlich willkommen in der Laube und ich dachte, ich mache mal ein kleines Video. Wir sind heute wieder in der Laube am Packen und am Machen und ich dachte, ich zeige euch mal, wie wir so ein Restaurant umgebaut haben in einen Online-Handel. Also als erstes, Tisch 3 und Tisch 4 ist der Klebetisch und der Etikettierungstisch, wo wir im Prinzip das ganze gute Zeug haben. Dann wird hier immer geklebt, die Aufkleber drauf und sowas alles, ja. Hier ist der Tisch, wo die Sachen stehen, die wir brauchen. Dann kommt die Poststation, wo wir im Prinzip das machen, wo wir dann gucken, wer hat bestellt und welche Sachen müssen wir packen. Hier hinten ist der Packtisch, das ist Tisch 7. Ja, die Pakete gehen heute Tatsache alle noch raus. Ansonsten liegt hier immer noch Stroh rum. Und ich wollte nur sagen, danke für die Bestellung. Wir sind sehr erfreut und freuen uns auch an die Firmen, die jetzt schon ihre Weihnachtsgeschenke geordert haben und Tatsache, unser Angebot annehmen. Ich finde es super, macht weiter so. Wir haben ja noch nichts zu tun und ich glaube, vor Februar wird das auch nichts. Ich wünsche euch was. Danke!